Wenn irgendwo ein Material über Walzen transportiert wird, dann ist die Firma Bobotex mit großer Wahrscheinlichkeit beteiligt. Bobotex mit Sitz in Wuppertal ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Webbaumstreifen. Die Firma Bobotex ist ein sogenannter Hersteller von Walzenbezügen, auch Webbaumbelege genannt. Hierbei handelt es sich um beschichtete Gewebe. Dies sind Gewebe, die entweder mit PVC oder Polyurethan oder Kautschuken beschichtet sein können. Firma Bobotex verfügt über zwei unterschiedliche Beschichtungsverfahren. Eins befasst sich mit der thermoplastischen Beschichtung und das andere ist die Beschichtung mit Elastomeren. Elastomere sind Gummis, Naturgummis, Synthesegummis, können Silikonkautschuken sein, EPDM-Typen. Und bei den Thermoplasten sprechen wir von thermoplastischen Polyurethanen, PVC-Typen oder PVC-Gummiverbindungen. Es kommt des Weiteren bei all diesen Produkten darauf an, dass eine Mitnahmefreudigkeit von den Walzenbezügen ausgeübt wird, damit ein Transport der herzustellenden Materialien gewährleistet ist. Bei Bobotex kommt modernste Technik zum Einsatz. Mit neuen Maschinen und viel Know-how werden die Produkte immer weiterentwickelt und verbessert. Bobotex entwickelt nicht nur selbst neue Produkte, sondern realisiert auch individuelle Kundenwünsche. Denn Flexibilität und Kundennähe stehen bei Bobotex an erster Stelle. Also bei uns ist es so, dass wir ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Kunden pflegen. Das wird einmal gepflegt über Kundenbesuche, dass wir bei den Kunden vor Ort sind, deren Maschinen und Anlagen sehen, respektive deren Problemstellungen kennenlernen. Oder dass wir unsere Kunden auf Messen treffen, um dort Probleme zu eruieren. Da es die unterschiedlichsten Materialien zum Beispiel im Bereich der Textilindustrie gibt oder ob ein Kunde ein sogenanntes Airbag-Gewebe herstellt, werden an diese Walzenbezüge unterschiedlichste Forderungen gestellt. Und wenn wir dann einen Werkstoff gefunden haben, der unseres Erachtens diese Probleme lösen können sollte, dann gehen wir her, machen einfach mal eine Probebeschichtung, testen zunächst mal, ob das Material auf unseren Anlagen läuft, ob es da funktioniert. Prüfen dann in den weiteren Verarbeitungsschritten, wie vor dem Prägekalender, Schneidanlagen, die weitere Verarbeitbarkeit bei uns im Hause. Und wenn das dann alles ein Go bekommt, würden wir das dem einen oder anderen Kunden, wo wir eben halt wissen, dass dieses Problem oder das ein ganz bestimmtes Problem bestand, dem das mal zum Testen geben und der Kunde würde dann letztendlich irgendwann sagen, funktioniert oder müsste hier oder da noch nachgebessert werden. Bobotex entwickelt sich jeden Tag weiter. Und die Ergebnisse zeigen sich im gut gefüllten Materiallager. 90 verschiedene Artikel lagern hier in großen Mengen. Weitere 150 Belagvarianten können jederzeit produziert werden, um Kundenwünsche schnell und unkompliziert zu erfüllen. Wir können auch individuell auf den Kunden angepasste Sonderlösungen anbieten, können Produkte jederzeit verändern, optimieren in Richtung Kundenanforderungen, trimmen, um letztendlich auch mit kleinen Auflagen etwas darstellen zu können. Um ein weltweit führendes Unternehmen zu werden, hat Bobotex gerade einmal 25 Jahre gebraucht. 1995 auf einer Messe in Mailand hat das Unternehmen als erstes Produkte aus Polyurethan gezeigt. Bobotex war gleichzeitig eine der ersten europäischen Firmen, die auf Messen in Asien ausgestellt hat. Neueste Erfolgsprodukte des Trendsetters sind Beläge aus Gummi und Kork für Folien, Papier, Schneid- und Wickeltechnik, Silikonbeläge für den Flexodruck und Spezial-Noppenbeläge für die Wellpappenherstellung. Um auch weiterhin mit an der Weltspitze zu stehen, investiert Bobotex in die Zukunft. Bobotex setzt auf Kontinuität und bildet junge Menschen aus, die hier zum Beispiel den Beruf des Maschinen- und Anlageführers oder Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik oder auch den Beruf des Industriekaufmanns erlernen können. Zum einen möchten wir natürlich jungen Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung geben, weil das sollte heute ein Selbstverständnis sein, zumindest ist es ein Selbstverständnis für die Firma Bobotex. Und dann geht es schlicht und ergreifend darum, dass der Betrieb, der Fortbestand gesichert werden kann durch das Anlernen von neuen Mitarbeitern. Bobotex, ein weltweit führendes Unternehmen für Walzenbezüge, mit individuellen Lösungen für höchste Ansprüche, zuverlässig, kundennah und immer einen Schritt voraus.